Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 9.05.2019 Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, ähm, jo, ist eigentlich, ich hab schon gestern geschrieben, tut mir leid, letzter Shop, hab gar nicht dran gedacht, kommt da jetzt auch noch mal einer, aber wie immer ist da jetzt nichts Besonderes drin, ich denke mal zum neuen Season Start wird nochmal ein neuer Shop kommen, den können wir dann ja später auch noch machen, sollte ein neuer kommen, so und jetzt gucken wir doch einfach mal in die Items von heute rein. So, da sind wir dann auch im heutigen Item Shop und wie ich es schon gesagt habe, hier nichts Neues, Wir fangen jetzt einfach mal ganz normal auf der linken Seite an, da haben wir den, ja, den Muscha, ja, ist ganz okay, der Muscha kriegt von mir 7 von 10, dieser Samurai, schauen wir mal hier unten ins Voting rein, also 3,25 von 5 bei 60 Votes am 24. August 2018, jetzt erst mal drin, wir sind seitdem 7 mal 42 Reminders. So, und wir können auch jetzt gleich in den aktuellen, ins aktuelle Shop Gesamtvoting und da sehen wir schon, oh mein Gott, das sieht hardcore übel aus, 621, love it's, 892, it's meh, und 2.537, hate it's. Ja klar, das ist wie fast jedes Mal beim letzten Shop hier, da ist fast nur uninteressantes drin, dafür können wir dann später uns auf mehr freuen, ne? Jo, also, dann geht's weiter, so, die Katzenkralle, hier diese Picke da mit dem Kätzchen da dran, Katzclaw kriegt von mir 6 von 10, hier haben wir 3,96 von 5 bei 23 Votes. Schnur tastig, oder auch perfekt, da haben wir einen Standardgleiter in blau gehalten, 2 von 10, finde den nicht toll. Und hier haben wir 3,83 von 5 bei 12 Votes. Das ist der Heim, da hinten mit dem Kätzchen, was das Katana hält, 7 von 10, und hier hätten wir 4,36 von 5 bei 163 Votes, 297 Reminders, am 24. August 2018, das ist mal drin gewesen. Achtmal seitdem. So, mit dem Set hier auch schon durch, dann kommen wir zu diesem Playmobil-Teil da, der MC Waffle, Waffle, äh, schrecklich, das Ding. 2 von 10 für 1500 V-Bucks. Ich finde den ganz, 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 ganz gräuselig. Einer der schlimmsten Skins, finde ich, die es überhaupt gibt. 3,09 von 5 bei 33 Votes, am 17. Februar 2019, das erste Mal drin gewesen, seitdem 4 mal 39, wie mein das. Dann haben wir das Wassereis, ja, 5 von 10, ich finde es ja ganz witzig, aber es ist jetzt auch, ich weiß, es ist hammer beliebt, das Teil, ich, ich kann damit jetzt nicht ganz so viel anfangen. 4,31 von 5 bei 16 Votes, auch wenn ich gern Wassereis esse, 17 Reminders, sechs Mal im Shop gewesen. Für 800 V-Bucks, war noch 800 V-Bucks, genau. Dann haben wir hier den Waffel-Eisflieger, den finde ich schon etwas cooler. Er kriegt von mir 7 von 10, können wir gerade nochmal schauen, wie der vorne der Teil abfällt. Die Eisbällchen da reinfliegen, so. Hier haben wir 4 von 5 bei 14 Votes, für 800 V-Bucks. Dann sind wir mit dem Teil auch schon durch, dann kommen wir hier zu dem, den finde ich ganz, ganz schrecklich, das ist so die eingebaute Empfängnisverhütung. Dynamo für 1200 V-Bucks, ganz, 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 ganz schrecklich. Auch nur 2 von 10. Also sorry, aber wenn die so vor mir stehen würde, um Gottes Willen, ich würde davon laufen. 2,53 von 53 Votes, am 20. Juli 2018, das erste Mal drin, wir sind 10 Mal seitdem 40 Reminders. Das Schlimmste ist, der Teil, also die, die da spielen, das sind wirklich auch die, die allerübelsten Hardcore-Spitzer. 1200 V-Bucks, Elektro-Swing, für 500 V-Bucks, den finde ich echt cool, muss ich sagen. Klingt von mir 8 von 10. So, und da haben wir hier, oder sogar 9 von 10. Und da haben wir 4,8 von 5 bei 90 Votes, am 22. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen. 587, wir meinen das, 9 Mal im Shop. Der Elektro-Swing, dann haben wir diesen Streusel, diese Streusel-Lackierung, ganz, 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 ganz kräuselig, der Teil. Sorry, aber Streusel finde ich auch nicht schön, kriegt von mir 3 von 10, für 300 V-Bucks. Also das ist wirklich, das ist jetzt wirklich kein schöner Shop, muss man echt sagen. Also, hier 2,91 von 5 bei 11 Votes, am 17. Februar 2019, das erste Mal drin gewesen, 19 Reminders, dann haben wir den 3er-Stern, den finde ich gar nicht so schlecht, so einen Teil hätte ich gerne zu Hause. 6 von 10, für 800 V-Bucks, ist der TriStar, oder so, ja, ne, ich bleib dabei, 4,4 von 5 bei 5 Votes, am 18. März 2019, das erste Mal drin gewesen, dreimal 9 Reminders. Dann haben wir hier den Garnison, den Panzergrenny, hier für 800 V-Bucks, mit der Augenklappe da oben drauf, kriegt von mir 6 von 10, und da haben wir hier momentan 3,82 von 5 bei 17 Votes. Am 9. September 2018, das erste Mal drin gewesen, 30 Reminders, 8 Mal im Shop, für 800 V-Bucks. Und dann haben wir den noch, der Facepalm, und der ist natürlich mal richtig cool, das Ding, das hat der Herr sofort sich geholt, und ich möchte auch gar nicht wissen, wie oft er den schon eingesetzt hat, ja. Äh, oberpeinlich, kriegt von mir 9 von 10, das Ding ist einfach nur kultig. So, und da hätten wir 4,43 von 5 bei 7 Votes, am 22. Februar 2018, das erste Mal drin gewesen. Seitdem 11 Mal, 33 Reminders. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier unten in die Ecke, wie sieht es da jetzt aktuell aus. Hier haben wir jetzt immer noch 675 Lovets, 995 It's meh, und 2756 Hate It's. Kommt auch, oh, geht immer noch weiter. So, jo, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, und schaltet das nächste Mal wieder an, wenn es wieder heißt, Fortnite Daily Shop News, mit mir nehmen wir gleich, in ein paar Stunden schon, startet die neue Season, nochmal mal einen Livestream, und dann hoffentlich haben wir auch was Gescheites im Shop, ich bin mal gespannt, wie der Battle Pass aussieht. Wir haben ja hier vorne noch gesehen, ähm, gehen wir noch ganz kurz hier hin zurück, bei dem hier, ähm, die Neuigkeiten, die Zukunft ist in Tilted, das habe ich mir schon fast gedacht, ich habe schon zu hören, sofort gesagt, manchmal muss man, naja, der war ja total geschockt wegen Tilted, da habe ich gemeint, manchmal muss man auch was Geiles einreißen, um es noch geiler wieder aufzubauen, ich bin gespannt, ich denke, Tilted wird in neuem Glanz erblühen, und dafür umso richtig geiler werden, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, habe ich ja schon gesagt, also, dann bis in ein paar Stunden, macht's gut, bis dann, und tschüss. es geht um ein paar Stunden, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.